Hey, auf so ist es per EZV6, dann schauen wir uns weiter geht's AAU F***, die ist bis hierher gekommen Es tut mir leid, ich wollte sie nicht in die Pfade AAU F*** AAU SHIT Heiler zu finden So Nimm gern Also hau F*** AAU F*** AAU F*** Hey, ziemlich amputiert ist ! Na super Fuck schnell! Wir müssen die Raketen abschießen! Äh, nicht bloß vorliegen Lukas Leidkunde gelesen! Bleib da, du mieses Spiel! Halten wir ihn auf! Schießen Sie die Helis ab! Ja, das ist doch unsere Hies, dachte ich! Es hat der Leidkunde, Heli-Arschung! Schießen Sie auf die Wand! 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 Wow, oh shit! Der ist ja der Schwellenriss! Heli-Arschung-Stabels! Wahrscheinlich Heli-Arschung-Stabels! Aber der guter Moment für den Cut wäre! Es sei denn, dass wieder schon das nicht genug lang geht! Und Start! So! Okay! So! So! Es wäre auf jeden Fall nicht für das reichen, was ich wollte! Ich wollte! Ich wollte eigentlich nicht für die Wand! Aber, weil das andere ja schon vorbett voll ist! Ja! So! 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 ja ja die körper werden die virus gefordert werden nicht gegen das virus kämpfer oder ihre daten ihre daten die blut und genomanalyse alles was wir zur herstellung eines impfstoffs brauchen alles was ich brauche um eine 50 millionen zu kriegen paulo ist ja 50 millionen also los super geil fangen wir an zu suchen ich hatte alle ihre daten auf meinen speicher chips wir müssen sie finden mitten im schneesturm mein geld auch wirklich verdient naja ist jetzt immer mehr ist jetzt mein geld wenigstens aber es ist noch mehr verlangen jake oha also ich vermute ich sollte menschheit einfach umsonst hergeben ok erst finden wir die daten dann suchen wir dazu flucht es sei es gibt drei speicher chips ich habe sie beim absturz verloren das ortungsgerät zeigt uns an wo sie sind es sei denn ich werde welchen geld problem wenn ich jetzt so schlecht hätte ich werde natürlich auch jetzt verlangen weil ich muss ja auch irgendwie ich muss ja auch von etwas leben aber wenn ich kein geld problem wäre dann würde ich wahrscheinlich wenn ich kein geld problem hätte dann würde ich wahrscheinlich etwas zugeben man würde auch erwarten dass ich dann wenn ich probleme hätte auch ein bisschen unterstützung bekomme als dankeschön also ich würde mich jetzt verlangen aber ich würde es halt erwarten wenn ich aber probleme habe dass wir wenigstens einige fähre ich würde mir wenigstens gewähren das sind javo und sie stecken in einem kokon wenn sie schlüpfen das ist kein schöner anblick ich glaube ich das glaube ich dir schweige ich gehe nicht es es ist ein ein ich ich auch ich Ja Oh fuck Danke Jake Mit Jake die Tier werden wir sehen Patsch euch du Mist Achte weniger, achte mehr auf deine, auf deine, auf deine, auf deine Deckhaut halt, auf deine Angriffsziele Oh shit Oh shit Pischen wieder Ok, schau jetzt auf. Ok, ich soll jetzt auf den, ich soll jetzt auf den schießen. Jetzt reicht's dir aber auch, ich hätte mich sehr dafür von dem. Jetzt, wenn ich jetzt war, sehen wir los. Nicht noch einer! Was war denn der denn, ich? Näh, du, ich sauer, nicht sauer noch. Ok, dann. Du, ich sauer, nicht sauer noch. Ok, dann. Hey, ich werde dir schon vergehen, Freundchen. danke jake ok klasse ich habe ja alle ihre daten aus so ok aber jetzt habe ich ja auch das ist hier Ja. Das ist falsch. Wir sollten sie finden bevor wir erfüllen. Oh mein Gott. Was? Ich geh hier einfach drauf wieder, Javo. Da bin ich ein wenig zu treffen, ich weiß nicht, ich kann die aufhalten lassen. Okay. 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 Heißt da. Okay. Wow. Okay, gollen! Nummer die Ecke ist der Handbos. ную die Ecke ist der Handbos! Mit einem CD... ok es hier ein krank ok es wird ok es wird so kein aber egal also die die halbe sei sie ja gast hau aber so dass wir uns sehr was wir sind nicht sein weil ich mir da auch ganz oben ich weiß was da passieren wird Hier ist noch einer. Das wären dann alles deine Chips. Wir können los. Ja, uff. Ja, uff. Aber er läuft nicht nur die Zwang, die werden die Geräte nicht gebar haben. Wir haben den Dschau vergewöhnlich. Der Dach hat wahrscheinlich durchs Umbegrenzt, wie umgegrenzt viele. Ok, weiter geht's. Er ist dann nach links, er ist da. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ok, weiter geht's. Oh, 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 oh. Oh, es ist hier. diesen Vögel zu erledigen nerfige Vögel ja, ne, halt fein, Vögel war egal nein super ja, danke für die Hilfe und jetzt raus auf dieser Käse so und so 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 auch Oh, ich zieh es, Dank. Tipptack, Dank. Okay. so okay noch weiter Oh fuck, man, wir're dann dann. Oh. 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 Du bist so gut, du bist so gut. So, dann. hier so okay passt nicht alle schau ich habe ja gewesen zu sein das ist sehr viel zu sein nun ja ja mann ja jetzt hier ist wenn sich mal ein das ist einfach war So reicht nicht, Freundchen. Nein. Ja, egal was soll's. Auf den komm ich jetzt auf den nicht an, auf den komm ich jetzt auch nicht an. Hier steht der Feuerzeug rum. Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Warte! Okay, die Tür wird besser zu sein. Die Tür wird besser zu sein. Ich habe die Tür, ich habe die Tür. Ich habe die Tür, ich habe die Tür. Ich habe die Tür. Na? War das schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, da sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich... Ich wollte... Ich wollte... Er hat letztendlich tot geblieben, als wollte er kein Zier auch lieben. Obwohl, ne, wahrscheinlich zu mehr als worden. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich nie hatte. Claire ist die... Schwester dieses WSA-A-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuch wohl immer noch, so zu werden, wie sie. Das wissen wir jetzt, wenn wir die Liebe 2. Ich bin nie auf. Egal wie schlecht es steht. Okay, war es fast nur Claire, aber die Liebe 3 Chronik ist fast Claire und... Claire und John. Und das werde ich jetzt playen, wenn ich auf zwei... Die Wii bräuchte, weil ich mich irgendwie aufnehmen sollte. Und weil ich einfach habe, mich nicht rauszuholen. Wir haben unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Aber wir müssen gar nicht gut verzichten. Wir sind umzingelt. Oh, wir werden uns jetzt wieder runter. Oh, wir können uns aus. Um, wir müssen codieren. Oh, wir müssen die Wirkarten, oder was sind wir? Oh, ihr seid. Oh, der Freバイ. Wie geht's gut? Oh, ihr seid. Oh, wir müssen uns unternehmen. Oh, wir müssen eine andere creature verändern. Oh, wir müssen jetzt. Wow, wir müssen nicht sein. Oh, wir müssen uns unternehmen. Oh, ich bin Nummer. Oh, wir müssen ihr denn? Oh, dass du gesagt, würde man in den Namen so Fangt. Boah, du Hässlern! Ja, ne, er fließt aber los! Au, au! Ein Troll, das ist jetzt schon ein Bafi-Dün! Er ist jetzt da ein Troll, wenn ich hierhin zu kommen... Eine Lausse! Wir müssen doch bald weg hier! Ich sagte ja, sie soll daise sein! Lass sie das zu mir in den Daumen! Ich bin da. Das hat mit ihren Spaß. Hippie, wiii. Hör mir nicht auf hier, das war das. Wiii. Wow. Ja, Mist. Scheiße. Ja, super. Blöde Bäume. Also hier rechts wäre ich würde es vielleicht sogar feiern. Wer hat sicher, dass das nicht unter solchen Umständen wäre. Wenn die ganze Bäume fielen würden. Also wenn die Familie nicht da die ganzen Bäume. Würde ich mich wahrscheinlich feiern. Das hier vielleicht ich auch nicht. Was ist das? Ja, ich weiß nicht wie ich will. Ich weiß nicht wie ich will. Nicht langsamer werden! Halt nicht vor, Jake! Ich auch nicht, Jake! Das wissen wir ja vorbei, dann! Aber es wird nix! Das war das Problem! Na, hier und der Teil ist hoffentlich dann ein Halt auf Licht, dann ist die Aufbau vorbei! Dann ist dieses Video, also diese Folge! Ich will hier nicht begraben werden! Das wäre der einzige, der Jake! Okay, gut, gleich jetzt werden wir da! Eieieieiei, halt auf, zusammen! Immer hin! Das ist keine gute Idee! Jetzt ist es mit! Okay, so! Mit Abgründe! Mit Abgründe! Da kann man doch bezogen. Alter! Junge, Junge, Junge! Ok, ich erhebe es durch die Ferse direkt zu fahren. Das ist keine gute Idee! Ja, wir sind zu spät! Hallo, da sind wir hier, da sind wir haben, Jake! Obwohl, ok. Ich glaube, dass du bei mir mit deinem Tuch auf jeden Fall. Äh... Hat er endlich zu retten oder nicht? Aber wir haben dies geschafft. Also, dann bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao!